Hi und herzlich willkommen bei Stay Geeky, mein Name ist Dennis Matthias und heute möchte ich dir fünf Spiele in Kurzrezension vorstellen. Du kennst das, wir beginnen mit dem Schwächsten und arbeiten uns durch zum Besten. Auf geht's! Das erste Spiel, was ich dir zeigen möchte, ist Antimatter. Es ist ein Kickstarter, der eingetroffen ist, auf den ich mich sehr gefreut hatte. Das ist eine Mischung aus Pokerspiel und Brettspiel. Wir bewegen uns also auch auf dem Brett mit Raumschiffen, können dort Pokerchips einsammeln, die wir dann auch in unserer Pokerphase benutzen. Die Pokerphase können wir beeinflussen durch Karten von unserer Fraktion. Ist also auch ein asymmetrisches Spiel. Jeder verkörpert eine Fraktion, hat da andere Aktionskarten, die haben auch verschiedene Spielstärken, Spielerstärken und Schwächen. Ja, und klang erst mal soweit alles ganz gut. Allerdings ist das Spiel ein reines Chaos. Also, das geht so weit, dass ich mit meinen Aktionskarten anderen Spielern einfach irgendwelche Chips klauen kann, die sie vielleicht teuer verdient haben. Das können auch die wertvollsten Chips sein, die ich da durchaus klaue. Dann muss ich mich auf dem Brett ja bewegen, um diese Pokerchips einzusammeln. Da kann sein, dass ich mich wirklich langfristig aufgebaut habe, um so ein Chip zu bekommen. Dass ich mit meinen Schiffen mich so positioniere, dass ein Hauptschiff sich schneller bewegen kann auf dem Brett, um dann zu einem Pokerchip zu bekommen. Und der wird mich einfach weggeklaut, zum Beispiel von einem anderen Spieler. Generell ist es auch so, dass Poker, also wir sprechen, wenn ich jetzt hier von Poker spreche, von Texas Hold'em, nicht diesem reinen Glückspoker, dass da einfach auch diese taktischen Möglichkeiten, die man hat beim Poker, so ein bisschen genommen werden. Weil ich das Ganze auch beeinflussen kann mit Karten nicht ausspiele, dass ein Spieler beispielsweise mitgehen muss. Oder das Ganze wird dann auch noch verstärkt. Es gibt noch so Enigma-Karten, die dann im Prinzip die Karten in der Tischmitte ausliegen, dann einfach auch noch mal komplett manipulieren. Oder es werden dann nur zwei Karten aufgedeckt. Oder wie auch immer. Und das macht das Spiel wirklich so absolut nicht planbar, total chaotisch. Und da spielt man eigentlich lieber das normale Poker. Das Einzige, was ich interessant finde bei Antimatter, ist das ist, die Bewegung auf dem Brett. Es gibt dann so Planeten, die rotieren und das tun sie auch unterschiedlich schnell. Ich kann mich dann mit einem Raumschiff auch auf so einem Planeten niedersetzen und werde dann bei der Rotation dieser Planeten mitgetragen. Das heißt, ich muss dann eben halt auch mitberücksichtigen, wie schnell ist der Planet, auf dem ich mich befinde. Oh, sorry, da hat sich jetzt gerade etwas in der Box bewegt. War wahrscheinlich nicht so klug, die aufzustellen. Naja, egal. Und wie bewegen sich die anderen Planeten? Dass ich dann eben von diesem Planeten rüberhopsen kann zu einem anderen, das fand ich sehr interessant. Das ist aber der einzige Aspekt, der mir im Spiel wirklich gefallen hat. Ansonsten ist auch die Bewegung der Schiffe relativ vorprogrammiert. Also es gibt die Ravens. Mit diesen Schiffen kann ich die Bewegung eines anderen Schiffs beschleunigen. Damit ist eigentlich auch die Bewegung dieser Ravens vorprogrammiert. Da habe ich gar keine wirkliche taktische Entscheidung, wie ich mich mit denen bewegen möchte. Das ist eigentlich, spielt sich das so ein bisschen von selbst mit dieser Bewegung von diesen Schiffen. Ja, dann vielleicht noch ein Wort zur Produktionsqualität. Die ist auch sehr problematisch. Also einmal sind die Karten sehr schlecht zu lesen. Das blende ich dir hier gerne auch noch einmal ein. Die Texte sind sehr klein. Das ist auch noch das Problem bei dem Spiel, dass ich andauernd, wenn ich diese Karten ziehe, die Karten lesen muss. Ich muss immer wieder mich rückversichern. Welche Karten habe ich dir auf der Hand? Welche Phase kann ich mit diesen Karten beeinflussen? Man versucht also immer im Hinterkopf zu behalten, welche Möglichkeiten habe ich denn? Es mag sein, dass sich das flüssiger spielt mit der Zeit, wenn man diese Karten in- und auswendig kennt. Bei uns war das ein Problem. Und man hat auch bei diesen Karten nicht so, ich sage mal, knappe Keywords, dass man das einfach nur mal irgendwie abscannen kann. Man muss diese Texte eigentlich immer lesen. Dann ist das Inlay komplett zerstört, weil einfach die Pokerchips zu schwer sind für dieses Inlay. Das ist komplett gebrochen. Zeige ich dir ebenfalls gerne. Da bin ich auch nicht der Einzige, dem das passiert ist. Da habe ich den Verlag auch kontaktiert, Bartschark, und um Ersatz gebeten. Leider ist da bis jetzt noch nichts passiert. Mir wurde es zugesichert, aber weiter habe ich davon nichts gehört. Auch die Box. Hier löst sich dann auch die Beklebung. Also Produktionsqualität insgesamt auch wirklich schlecht. Von daher Antimatter leider eine große Enttäuschung für uns. Nur 3 von 10 Punkten. Dann habe ich dir Dead Man's Draw mitgebracht. Das ist ein Spiel, was mir als kleines Spiel für zwischendurch empfohlen wurde. Ja, und da haben wir das Ganze ausprobiert. Und ich war sehr erstaunt, denn eigentlich ist das ganze Ding nur eine Kopie von Kleine Fische. Kleine Fische ist ein Kinderspiel. Das habe ich mit meinem Sohn immer gespielt. Und das ist eigentlich genau dieser Kernmechanismus. Man zieht Karten, hat hier so ein Push Your Luck. Ich entscheide, möchte ich noch weitere Karten ziehen, ja oder nein. Dann wird eine zweite Karte gezogen mit dem gleichen Symbol. Bei Kleinen Fische sind es Fische. Hier sind es dann Haken, also so Piratenhaken oder Kanonen oder mehr und wie auch immer. So werden alle Karten abgeworfen, die dazwischen sind. Die sind dann für mich verloren. Ich muss also selbst entscheiden, wie sehr ich das Ganze hier ausreizen möchte. Das ist also das Grundprinzip von Kleine Fische 1 zu 1 kopiert hier bei Dead Man's Draw. Finde ich schon relativ dreist kopiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Ganze ist dann jetzt hier angereichert mit Aktionskarten. Ja, und diese Aktionskarten machen das Ganze dann auch noch sehr chaotisch. Das kann sein, dass ich eine Karte von einem Gegner klaue oder der Gegner muss eine Karte abwerfen und so weiter und so fort. Ähm, das hat es dann so chaotisch und unplahbar gemacht, dass ich sogar sagen würde, ich spiele lieber Kleine Fische als Dead Man's Draw. Also die Aktionskarten verbessern es für mich jetzt nicht, eher im Gegenteil. Und es gibt dann auch noch so Missionskarten, die am Anfang gezogen werden. Dadurch gibt es andere Regeln für dieses Spiel. Das kann sein, wenn ich einen gewissen Punktewert überschreite, dass ich dann komplett ausscheide, solche Sachen. Die reißen es aber auch nicht raus und es gibt dann auch noch so asymmetrische Player Power. Man kann dann praktisch so eine Fähigkeit ziehen für jeden Spieler. Die sind jetzt aber auch nicht wahnsinnig interessant. Versuchen eigentlich nur irgendwie so ein einfaches Spiel wie Kleine Fische, ja, ein bisschen zu verkomplizieren, möchte ich fast schon sagen. Und da muss ich sagen, manchmal ist weniger halt auch mehr. Bringe ich lieber Kleine Fische auf den Tisch als das hier. Und A, weil mir der Chaos Aspekt hier nicht gefällt. Und wie gesagt, weil ich persönlich auch finde, ist eine ziemlich dreiste Kopie, auch nur 3 von 10 Punkten für Dead Man's Draw. Dann habe ich City of the Great Machine für dich. Das ist ein One vs. Many Spiel mit einer verborgenen Bewegung. Also thematisch geht es darum, dass es eine Stadt gibt in einer Steampunk-Welt, die auf so Plattformen schwebt. Es sind verschiedene Stadtsegmente. Und diese Stadt wird beherrscht von einer KI. Das ist halt die Great Machine. Und die anderen Spieler spielen die Helden, die eine Revolution starten wollen und diese große Maschine stürzen möchten. Ziel ist es, für die große Maschine hervorzusehen, zu welchen Stadtbereichen und damit zu welchen Aktionsfeldern werden sich die Helden bewegen. Und ich kann dann Wächter bewegen, um dort eben halt diese Bewegung zu erschweren für die Spieler. Oder eben halt auch meine eigenen Hand langer zu bewegen und dann versuchen, Spieler in einem bestimmten Bereich auch zu catchen und dann gefangen zu nehmen. Man hat dann auch die Möglichkeit, bei allen Stadtsegmenten noch gesonderte Aktionen auszuführen. Auch kann ich beispielsweise diese Segmente nach bestimmten Regeln umsortieren, dass sich praktisch diese Stadt bewegt und anders aufbaut. Das kann sein, dass in Spiele dann komplett eine andere Ecke des Spielfeldes transportiert wird und so weiter und so fort. Ist ein Spiel, was mich thematisch sehr fasziniert hat, vor allen Dingen auch von diesen Spielmechanismen. Ich mag One vs. Many, ich mag verborgene Bewegungen. Hat mich alles extrem gereizt. Insgesamt hat das Spiel auch einen interessanten Spannungsbogen. Man muss nur sagen, es ist relativ von den Möglichkeiten, die man hat, relativ komplex. Also man hat sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten, welche Aktionen möchte ich jetzt nutzen. Und ein Problem dieser Komplexität ist gar nicht mal das Erlernen des Spiels, sondern dass ich so viele Möglichkeiten habe, die ich aber im Endeffekt gar nicht nutzen kann. Denn ich habe nur beschränkte Aktionen, die ich ausführen kann, weil ich das alles bezahlen muss mit einer Währung. Dass ich dann gezielt in ein bestimmtes Stadtsegment gehe, um da eine Aktion auszuführen, das ist meist viel zu kostspielig, weil ich dann mich erst mit einem Handlanger dahin bewegen muss und dann noch Ressourcen ausgeben muss, um diese Aktionen auszuführen. Auf Seiten der Maschine ist es meistens sinnvoll, einfach die Wächter zu bewegen oder meine Handlanger im Versuch, die Spieler zu catchen. Also diese ganzen reichhaltigen Aktionsmöglichkeiten, ich habe, kann ich im Endeffekt eigentlich gar nicht so wirklich nutzen. Auch wird man vom Spiel so ein bisschen getrieben, was ich durchaus interessant finde, weil jede Runde wird eine Karte aufgedeckt, die bestimmte Siegbedingungen aufdeckt. Also dass ich als die große Maschine einen Siegpunkt bekomme, wenn ich das und das tue oder wenn ich das und das verhindere. Das wissen beide Parteien und dann kann man anhand dessen natürlich auch Rückschluss ziehen, na was werden jetzt wohl die Helden tun? Dann als Seiten der Helden muss man sich entscheiden, ja lasse ich mich jetzt darauf ein und gehe die Gefahr ein, dass die Maschine mich mit den Handlangern erwischt, aber ich kann dann so wenigstens verhindern, dass die große Maschine einen Punkt bekommt. Das sind alles durchaus spannende und interessante Sachen. Das einzige Problem, was wir bis jetzt wirklich mit City of the Great Machine haben, ist, dass man nicht die Ressourcen und nicht die Zeit und die Gelegenheit hat, das ganze Potenzial auszuschöpfen, was das Spiel einem eigentlich gibt. Und deswegen bis jetzt von unserer Seite aus 6 von 10 Punkten für City of the Great Machine. Ich möchte nur dazu sagen, wir haben bis jetzt zwei Partien gespielt. Das ist noch nicht die finale Meinung. Also ich möchte es gerne noch weiterhin spielen, um zu testen, ob es da nicht doch vielleicht noch die Möglichkeit gibt, das Ganze mehr auszureizen. Also das ist jetzt vielmehr hier so ein Ersteindruck mit den 6 von 10 Punkten. Das hat Potenzial, besser zu werden, aber dazu müsste ich es erst noch häufiger spielen. Deswegen vorläufig 6 von 10 Punkten für City of the Great Machine. So, dann habe ich das 5 Minuten Puzzle für dich. Das ist ein Spiel, was wir in einem Urlaub mitgenommen haben, aus einem Spieleladen für 5 Euro. Das ist hier eins von diesen Minispielen von, von welchem Verlag ist es denn nochmal? Weiß ich jetzt gerade nicht, kann ich jetzt auch gerade nicht sehen. Auf jeden Fall ist es im Prinzip ein Tile-Laying-Game, kann man sagen. Man zeichnet diese Tiles ein für die Tasche. Das passt also wirklich gut in die Jackentasche. Und das ist ein überraschend gutes Spiel. Also man würfelt immer aus, welches Teil man einzeichnen muss in diesem Puzzle-Grid. Und man hat dann immer die Wahl zwischen zwei verschiedenen Formen. Hat man die eingezeichnet, muss man diese Form wegstreichen. Gibt es bei dem Würfelergebnis, was gewürfelt wurde, keine Form mehr, kann man sich aussuchen, welche Form man einzeichnen möchte. Und im Endeffekt geht es darum, wer das schafft, das Puzzle am vollständigsten auszumalen. Also es werden dann nachher Minuspunkte gezählt. Wer die meisten Minuspunkte hat, verliert dann entsprechend. Und das ist extrem knoblerisch. Also ist anspruchsvoller, als man denkt. Und für die Tasche ein wirklich tolles Spiel zum Mitnehmen. Deswegen 7 von 10 Punkten für 5 Minuten Puzzle. So, als letzten Titel und als Highlight habe ich dir Goblin Vaults von Thunderworks Games mitgebracht. Und das ist jetzt gar nicht so einfach, das in aller Kürze zu beschreiben. Denn normalerweise kann man bei Spielen ja immer so Kernmechanismen sagen. Jetzt wie Beispiel von City of the Great Machine. One vs. Many, Hidden Movement, Worker Placement etc. Das kann man hier nicht so wirklich, weil das eines der wenigen Spiele ist, was absolut innovativ ist, was den Kernmechanismus angeht. Kennt man so nämlich noch nicht. Also im Prinzip kann man Karten in der Mitte auslegen. Und man bietet auf diese Karten mit eigenen Handkarten, die man hat. Das fühlt sich so ein bisschen an wie ein Stichkartenspiel. Also ich spiele eine Karte aus zu der Karte, die ich gerne haben möchte und werde dann gegebenenfalls von einem anderen Spieler überboden. Derjenige Spieler, der diesen Stich dann gewinnt, bekommt die Karte, die in der Auslage war und legt diese in sein Vault. Derjenige, der unterlegen ist, bekommt die Karte, die er ausgespielt hat in sein Vault. Das kann also auch sein, dass ich ganz bewusst bei einer Karte gar nicht gewinnen möchte, weil ich die Karte haben möchte, die ich ausspiele. In meinem Vault muss ich die Karten dann auf bestimmte Weise arrangieren, übereinander legen oder nebeneinander legen, um Siegpunktbedingungen zu erfüllen. Auch muss ich darauf achten, dass ich möglichst Karten bekomme mit meinem Spielersymbol, weil die mir ebenfalls nochmal Punkte geben. Ich kann dann auch, wenn ich bestimmte Bedingungen erfülle, diese Karten in meinem Vault auch nochmal umorangieren, dass ich sie also so positioniere, wie ich sie letztendlich haben muss. Und das Spiel bietet wahnsinnig viele taktische Möglichkeiten und wie gesagt, ist richtig innovativ, weil das ist ein Spiel, das hat man so auf dem Tisch noch nicht erlebt. Deswegen, unheimlich tolles Spielgefühl, ist auch relativ kurz, kann gut zwischendurch gespielt werden. Deswegen, 8 von 10 Punkten für Goblin Vaults. Gerne würde ich hierfür auch noch eine Rezension erstellen. Wenn dich das interessiert, schreib das gerne in die Beschreibung dieses Videos, ob du dir eine Rezension für Goblin Vaults wünschen würdest. Dann danke ich dir fürs Zusehen und sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin, stay geeky, ciao! Bis dahin, stay geeky, ciao!